Wenn Sie noch nicht wissen, was Sie vom 23. bis 27. Juni 2016 machen wollen, ich hätte einen guten Tipp für Sie. Dann ist nämlich Göttingen die anerkannte Sporthauptstadt von ganz Niedersachsen. Das Erlebnisturnfest, wir Älteren kennen es noch als Landesturnfest, findet in Göttingen statt und das wird wirklich eine Riesenveranstaltung. Über 20.000 aktive Sportlerinnen und Sportler, 300.000 Besucherinnen und Besucher, das sind die Schätzungen. Da verbirgt sich ein richtig gutes Konzept, das Breitensport und Leistungssport, das viele Events miteinander verbindet und zeigt, was für ein tolles Sportland Niedersachsen ist. Wie gesagt, rechtzeitig vormerken im Terminkalender und dann auf nach Göttingen zum Erlebnisturnfest. Tschüss!